Herzlich Willkommen zum Video Vorbereiten einer Richtstelle nach vorheriger Vermessung. Wie der Titel dieses Videos schon verrät, hatte in der Vergangenheit eine Vermessungsgruppe diese Feuerstellung bereits vermessen und den Richtkreisstandort festgelegt und mit einem Flock gekennzeichnet. In der Feuerstellung sahen wir Leitfahnen in Grundrichtung von links nach rechts in den Farben weiß, rot, gelb, blau, grün und schwarz. Hierbei handelte es sich um die Geschützstandorte für das erste bis sechste Geschütz. Die Geschützführer konnten so bereits beim Einmarsch in die Feuerstellung ihre Geschützstandorte erkennen. Nach dem Beziehen der Feuerstellung baute der Richtkreistrupp oder einer der beiden Geschützzugführer den Richtkreis am verflockten Richtkreisstandort auf. Der Richtkreis wird in diesem Beispiel durch zwei adleristische Vollkreise simuliert. Der rote Vollkreis ermöglicht nach dem Einnorden des Richtkreises das Einstellen der Grundrichtung. Der schwarze Vollkreis dient nach dem Einrichten des Richtkreises zum Ablesen der Grundrichtungswinkel. Der Pfeil nach oben stellt die Optik des Richtkreises dar. Die Richtung nach magnetisch Nord ist gegeben. Da die Feuerstellung vorher vermessen worden war, konnte der Richtkreisbediener den Vermessungsunterlagen zwei eingemessene Festpunkte entnehmen. Einen Kirchturm mit Richtungswinkel 59 00 und ein das Landschaftsbild prägender Baum mit Richtungswinkel 52 00. Nachdem die Libellen eingespielt waren, der Richtkreis somit in der Waage stand, schnitt der Richtkreisbediener mit der Optik das Kreuz des Kirchturms an. Anschließend stellte er auf dem Teilkreis den Richtungswinkel zum Festpunkt Kirchturm mit 59 00' ein. Damit war der Richtkreis bereits eingerichtet, denn seine Ausrichtung nach um die Nadelabweichung korrigierten magnetisch Nord war gegeben. Zur Kontrolle schnitt nun der Richtkreisbediener den zweiten Festpunkt an. Der Teilkreis zeigte einen Richtungswinkel von 52 00'. Dieser Wert war mit den Daten der Vermessungsunterlagen identisch. Der Richtkreis war eingerichtet. Im letzten Schritt unterlegte der Richtkreisbediener die Grundrichtung, in unserem Fall 0800', in dem der Ableseteilkreis mit der Ablesemarke 64 00 auf die Grundrichtung 0800 gedreht wurde. Anschließend wurden die Teilkreise des Richtkreises gesperrt. Lediglich die Optik konnte noch gedreht werden, um Richtungswinkel zu Neupunkten abzulesen. Damit waren alle Voraussetzungen für das Einrichten der Geschütze gegeben. Mit der Optik des Richtkreises wurde das Rundblickfernrohr des Geschützes angepeilt. Anschließend las der Richtkreisbediener den Richtungswinkel von 17 00' ab. Dieser Wert wurde um 180 Grad, also 32 00' verändert und als Richtkreiszahl 49 00' an das Geschütz gegeben. Die Richtkreiszahl war somit der Richtungswinkel vom Geschütz zur Richtstelle. Soweit zum Thema Vorbereiten einer Richtstelle nach vorhergehender Vermessung. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Video einen kleinen Einblick in die adleristischen Aktivitäten geben konnte. Wenn Sie wissen möchten, wie das händische Einrichten und Festlegen oder die händische Feuerleitung funktionieren, empfehle ich Ihnen die weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!